Hi Leute, ich bin der Coke und spiele The Blob 2. Wo wir gestern stehen geblieben sind, fangen wir heute gleich mal an und ich denke mir, es kann was werden. Also, let's go. Wie auch immer, ich habe bis jetzt immer noch nicht weitergezockt, weil ich habe eigene Sachen gerade zu machen. Und wie schon gesagt, ich finde das Spiel so toll. Ich liebe irgendwie farbintensiven Spiel. Farbintensive Spiele. Entschuldigung. Ähm, okay. Ah. Cool. Was war da? Ah. Ah, 15 Manny Kicken muss ich heute hier befreien. Okay, mal gucken, was hier noch so geht. Ich bin braun, verdammt. Hier im Bulle. Sonic Move. Das ist cool. Ich bin blau. Ähnelst wirklich ein bisschen an Sonic. Jetzt gerade. Naja, egal. Ähm. Äh, ja, ich will die Note auch haben. Und was erwartet mich hier? Nein, da waren wir hier. Na gut. Sechs Farbkleckse habe ich schon mal befreit. Ich bin lila. Oh. 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 Äh, und ich werde jetzt niederbleiben, weil ich die Farbe irgendwie toll finde. Na gut, ähm, wonach könnte die Tür von diesen Verschluss? Aha. Neue Mission. Farbe ist oben blau. Mache ich gleich. Blau. Blau. Ah, da oben geht es weiter. Blau. Ist das? Ah, geil. Am liebsten immer alles mitnehmen. Man kann ja nie wissen. Und einen Farbklecks muss ich noch machen. Ha, ich bin nicht mehr lila. Egal. Äh. Bam. Ha. Rätsel sind ja ultra schwer. Naja, jetzt noch. Mal gucken, was kommt. Ähm, okay. Ich sehe schon, ich muss hier lang. Komm her. Oh, hier war auch noch ein Weg. Oh. Achte, neune. Okay, mir fehlen noch sechs Schlümpfe. Abwärts. Hier, du komm mal, ja. Ähm. Okay. Hier geht es ab im Keller. Wow. Hey, geil. Der Hintergrund hat sich hier ändert. Eben, gerade von dem Bild. Ähm, okay. Jetzt sind es nur noch viere, die ich retten muss. Und eine Note noch einsammeln. Äh. Wo ist, äh. Überlagen pro. Okay. Grün. Das ist zu schaffen. Wenn ich blau bin, nehm ich einfach Gelb hinzu. Bam. Geh weg. Jawoll. So will ich das sehen. Ähm, okay. Und die Tür hat sich auch geöffnet. Was für ein Knaller. Äh, ich will aber wieder grün. Wenn es gibt. Ähm. Ach, Manu. Ich bin doch lieber blau. Äh. Ich dachte schon. Muss ich hier runter oder so? Ah. Zum Glück habe ich es gemacht. Nein. Ich will doch nur da. Genau. Okay. Oh. Einfach so vorbeispringen. Zack. Kriegt mich ja. Nein. Ich bin grau. Kriegt mich ja keiner. Nur der Scheiß. Düsenstrahl. Äh. Farbe rot. Äh. 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 Zu schaffen. Na? Na? Wenn sie so grau sind, kann ich sie nicht verfreien. Nein. Ach man. Jetzt aber hier. Komm her, Rot. Geredetet. Noch zwei. Ja, du auch. Ein bisschen Farbe. Wo siehst du grau aus? Ab im Keller. Ah, das waren sie. Ich habe sie geredet. Dann muss hier vorne gleich das Finish sein, oder? Was habe ich gesagt? Äh, du musst da raus. War mir klar. Yes. So will ich das sehen. Ich bin mir bloß noch nicht so ganz sicher, ob man sich was kaufen kann hier irgendwie. Also ich habe gerade 6% erreicht vom Spiel. Ich glaube, das könnte etwas länger dauern. Na gut. Wie ihr seht, ich bin gerade fertig geworden. Ich sage reingehaulen. Viel Spaß. Ich bin ne Coke. Und wir sehen uns später. Und wir sehen uns da. Bis zum nächsten Mal.